Im April 2021 launcht Adams das neue Apex-Gestell und die Solist und Konzertserie. Herzlich Willkommen bei Schlag zu. Ich bin Andreas und heute haben wir die große Ehre, unmittelbar nach dem Launch das neue Apex-Gestell von Adams hier zu haben. Und wir werfen einen Blick auf das neue Solist und Konzertmodell. Da gibt es auch ein paar Änderungen. Wir sehen es uns an. Das neue Apex-Gestell ersetzt das bisherige Voyager und die Unterschiede sind auf den ersten Blick rein optisch schon sichtbar. Hier an der Seite diese Z-Form. Die Querstange ist nach unten versetzt, was dem Ganzen natürlich viel mehr Stabilität verleiht. Und auch diese Querstreben sind völlig neu gestaltet. Die Farbe des Gestells nennt Adams Onyx Black. Das ist so ein ganz dunkles Grau mit so einem Glitzereffekt. Wirkt sehr hochwertig und sehr, sehr edel. Neben der Optik stellt sich auch die Frage der Funktionalität. Und da hat Adams sich einiges einfahren lassen, was im Vergleich zum Voyager-Modell neu ist. Das erste große Unterschied ist mit diesem Seitenteil, welches aus einem Teil besteht. Nicht wie bisher zwei Füße, zwei Arme, sondern nur ein Teil. Das heißt, ich habe weniger Schrauben. Gleiches gilt für diese Querverbindung. Durch diesen einzelnen Schraubmechanismus sind auch hier die Schrauben reduziert, um in einer einzigen Rändeschraube zu fixieren. Dann funktioniert die Querverbindung mit einem einzigen Hebel. Auch hier wieder keine Schrauben. Das verleiht dem Ganzen eine unglaubliche Stabilität deutlich besser als beim Voyager-Modell. Der Rahmen an sich ist aus Alu, das heißt stabil und leicht. Und die Höhenverstellung, zeige ich euch auch, die funktioniert wie bisher mit einem kleinen Hebel rauf und runter und wie bei Adams typisch auch die Skala mit dabei. Das Apex-Gestell ersetzt das Voyager-Gestell komplett. Das heißt, jedes Instrument vom Xylophon über das Vibraphon bis zur großen Zemarimba bekommt jedes Instrument das neue Apex-Gestell. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Werfen wir noch einen Blick auf die neue Optik der Konzert- und Solist-Serie. Das bisherige goldbraune aus den 80er Jahren ist nun endgültig passé. Und in dieser neuen Optik kommen nun die Xylophone und Marimba-Fone, wie gesagt, der Konzert- und Solist-Serie. So, was ist neu? Klar, dieses erste, das Gestell. Das zweite ist die Lackierung in Titanium Grey. Die Resonatorenreihe ist jetzt auch komplett durchgängig. Die bisher goldenen Zierleisten sind auch schwarz lackiert. Wie fällt nun das Fazit aus zur neuen Optik der Konzert- und Solist-Serie? Wenn wir ehrlich sind, dieses alte Gold der alten Modelle war wirklich etwas aus der Mode gekommen. Und ich persönlich finde, dieses Titanium Grey in Verbindung mit diesen rötlichen Klangplatten ist wirklich sehr schön. Und diese schwarze Optik hier an der Seite. Also ich finde es gelungen. Und in Kombination mit dem Apex-Gestell wirklich eine richtig tolle Kombination. Apex-Gestell Apex-Gestell Untertitelung des ZDF, 2020